Ja, herzlich willkommen Leute. Heute ein bisschen rumphilosophieren, so ein Update-Video, wird die Welt irgendwann vegan? Und ihr kennt meine Meinung, vielleicht sie ist leider, ich bin Realist und Rationalist und Moralist und ich denke, dass die Welt nicht vegan wird. Ich denke, das wird niemals passieren, auch nicht, wir werden wahrscheinlich, sogar wenn wir alle schon tot sind in 100 Jahren, werden wir die 10% auch nicht erreicht haben auf der Welt. Ihr wisst, ungefähr 1% der Menschheit sind vegan und das, was mich einfach am allermeisten zweifeln lässt an dieser die Welt wird vegan Geschichte ist einfach, wenn ich nachdenke, wenn ich mich vor eine weiße Wand setze und nachdenke. Guck mal, es ist auf der Welt so gemacht, dass sich, wenn etwas gut ist und wenn etwas richtig ist, dass sich das durchsetzt. Jede Bewegung irgendwie, die angefangen hat, natürlich, es kommt immer auf die Zeitspanne an, wie lange diese Phase angedauert hat. Mir ist jetzt gerade Sklaverei in den Kopf gekommen und es hat wahrscheinlich ziemlich lange gedauert, bis das abgeschafft wurde. Also, wie lange hat Sklaverei existiert? Und den Veganismus haben wir einfach auch schon, ja, eigentlich, es kommt drauf an, ne, was ist lange? Definier lange. Aber sagen wir seit 1970 ungefähr, ja, wird Veganismus promotet von irgendwelchen Leuten. Also, ist eigentlich noch nicht lange, ja, so 50 Jahre wird Veganismus promotet. Wir sind bei 1% der Menschheit. Aber mir kommt es halt nun mal so vor, dass, wenn ich das ganz logisch betrachte und ich mir angucke, dass es so viele Menschen gibt, die den Veganismus promoten, ja, Oertling, Ad, die ganzen YouTuber, die ganzen wichtigen Personen in der Welt, wichtigen Personen, berühmten Personen, besser gesagt, die auch vegan sind und Sportler und alles Mögliche. Ja, Schwarzenegger macht diesen Clip mit dem, das Fleisch unseren Planeten ruiniert, mit Saugenbinde, ne, wo der in dieser kaputten Welt herumläuft. Und Tyson wird vegan und, ne, alle möglichen Menschen. Und, dass trotz diesen ganzen verschiedenen Menschen, die mit verschiedenen Systemen arbeiten, der eine ist eher nett, der andere ist eher nicht so nett, sondern ist Realist und sagt es den Leuten so, wie es ist. Und in allen Ländern gibt es vegane Szenen, wo Veganer arbeiten, ne, die eher den Sympathisanten sind und die anderen eher die absolute Wahrheit, einfach die Menschen ins Gesicht klatschen, so wie ich einer bin zum Beispiel. Und so hat man in der ganzen Welt diese ganzen verschiedenen Menschen, die für den Veganismus arbeiten. Und dann gibt es Organisationen, vegane Organisationen, die mit Werbung arbeiten und so weiter. Man versucht es mit Moral, mit Logik, mit Wissenschaft, Studien hier, Studien da, da Weltnachrichten, Fleisch ist ungesund, Fleisch verursacht Krebs, Eier ungesund, alles mögliche. Immer diese ganzen Sachen, diese ganzen, diese ganzen Systeme, die da sind, die für den Veganismus arbeiten, die von diesen ganzen verschiedenen Individuen, Individuen erfunden wurden und halt angewendet werden, dass es trotzdem seit, sagen wir 1970, man hat Fate und sowas angefangen, sagen wir ungefähr da waren, kamen so die allerersten Bewegungen auf, sagen wir jetzt einfach mal ungefähr, dürfte Pi mal Daumen hinhauen, dass es trotzdem immer noch bei einem Prozent nur ist, bei einem Prozent, und das steigt auch nicht wirklich, weil die Weltbevölkerung, also die Anzahl, die Absolutzahl, wird es ein bisschen kompliziert, die Absolutzahl der Menschen, die vegan sind, die steigt natürlich, ist ganz klar, die steigt jeden Tag, das ist eine einzige steigende Gerade, die steigt zwar, aber die Weltbevölkerung steigt viel schneller, das heißt, dass wir immer bei einem Prozent trotzdem bleiben, obwohl immer mehr Veganer werden, weil die Gesamtmenge der Menschen einfach steigt, und der Veganismus steigt, aber die Gesamtmenge steigt schneller, deswegen kommen wir über diese ein Prozent nicht drüber hinaus, und das Ding ist halt einfach, dass ich diese ganzen Menschen sehe, mit ihren ganzen Systemen und alles, und trotzdem tut sich eigentlich nicht wirklich was im Wachstum, wir steigen nicht auf zwei Prozent, auf drei Prozent, wenn ich sage, es tut sich nichts, ist natürlich, ihr wisst, was ich meine, jetzt wenn man sich so die reale Welt anguckt, okay, kenne ich immer noch keinen einzigen Veganer, aber außer jetzt Eltern und sowas, aber jetzt von irgendwie Verwandten oder so, aber wenn ich mir die Supermärkte angucke und sowas, dann kommen immer neue vegane Produkte und so, das ist alles schön und toll, aber das heißt nicht, dass die Menschen vegan werden, das heißt einfach nur, dass sie weiter Tierprodukte essen, aber auch die veganen Sachen kaufen, weil das schlechte Gewissen drückt ja bei jedem Nicht-Veganer, das ist klar, deswegen greift man da schon mal dazu, zu einem veganen Magnum-Eis, und das ist ganz klar, aber das heißt nicht, dass die Menschen vegan werden, nur weil vegane Produkte in den Supermärkten ist, das ist einfach nur, ja, den Menschen ein bisschen das schlechte Gewissen nehmen, das ist eigentlich alles, und von daher ist das das Problem, was ich sehe, dass obwohl diese ganzen Menschen da sind und jeder es mit seinen Taktiken und Strategien versucht, wächst es eigentlich nicht, also prozentual gesehen, in absoluten Zahlen, es wächst einfach nicht, ich sehe nicht in den Nachrichten, ja, jetzt sind 2% Veganer, jetzt sind 3% Veganer, klar, das Hauptgegenargument da ist, zu sagen, Eugen, du siehst das in einer viel zu kleinen Zeitspanne, das ist ein absolut valides Argument, was meins widerlegt, und das ist ganz klar, aber ich finde es sehr seltsam, dass das so langsam alles vorangeht, also seit ich mich eigentlich erinnern kann, seit ich mit YouTube angefangen habe, war es immer 1% der Menschen, 1%, ich habe es jetzt nochmal gecheckt, sind immer noch 1%, manche Seiten sagen, es sind knapp weniger als 1%, und das ist einfach das, was mich, das ist der Hauptpunkt, der mich zweifeln lässt, weil wenn das so, wenn das den Menschen, für die Menschen so richtig erscheinen würde, dieser ganze Veganismus und alles, und Tierrechte und sowas, und Moral, das sollte überhaupt an erster Stelle über einfach allem stehen, dann würde das viel schneller gehen, glaube ich, dann würden die Menschen viel schneller vegan werden, also wir würden wirklich Menschen in unserer Umgebung auch ganz schnell vegan machen können und alles, und da es ganz genau das Gegenteil ist, ihr kennt das selber alle, die essen zwar mehr pflanzliche Produkte, aber die werden nicht vegan, niemand wird vegan, und da man das auch im realen Leben an den Menschen um sich herum nicht sieht, dass die vegan werden, das ist einfach egal, was du bringst, das ist halt das, was mich immer fertig macht, dass weder Moral zieht, noch Logik, noch Wissenschaft, also nicht mal Beweise ziehen, das ist das Allerschlimmste, daran kann man einfach nur kaputt gehen, aber erwachsene Menschen, vergessen wir es nicht, 30 plus, die in Unternehmen arbeiten, die auf beiden Beinen stehen, die Kinder haben und alles, und du redest mit denen und die werden nicht vegan, und du widerlegst jedes Argument von denen, du klatschst jedes Argument gegen die Wand, du erklärst ihnen das so logisch, dass sie dir zustimmen, dass sie sagen, du hast recht, aber die werden trotzdem niemals vegan, und das ist einfach der Punkt, dass ich diese ganzen Systeme sehe, diese ganzen verschiedenen Menschen, die mit verschiedenen Mitteln für den Veganismus arbeiten und es trotzdem nicht sichtlich vorangeht, was die absoluten Prozentzahlen angeht, das ist einfach der Punkt, der mich verzweifeln lässt, der, und der nächste Punkt ist natürlich, wenn ich mir die Menschen anschaue, also zu sagen, dass die Welt vegan wird, also 100% aller Menschen vegan, das ist natürlich völlig absurd, das ist ganz klar, aber es gibt so unendlich schlechte Menschen, das kann man sich nicht vorstellen, die man wirklich, meiner Meinung nach, mit Geheimdiensten aufsuchen müsste, und wegsperren, lebenslang jedem Einzelnen davon, diese ganzen Menschen, die unter irgendwelche Videos, wie Earthlings oder so, diese ganzen Videos, wo Massaker angerichtet werden, an Tieren, ich habe letztens wieder eins geguckt auf YouTube, von einem YouTuber, was da für Kommentare kamen, da kommen unter diese Videos, schreiben Menschen so Kommentare, oh jetzt erstmal ein Steak, oh ja geil, ich kaufe jetzt erstmal ein paar Kilo Fleisch, damit sie richtig vernichtet werden, die Tiere, oh ja, dieses ganze Blut, also wer schreibt solche Kommentare, würde ich solche, jetzt könnte man sagen, ah ja, das sind junge Menschen oder sowas, junge Menschen, würde ich sowas schreiben, wenn ich 16 wäre, 18, 20 voll im Fitness-Hype und Tiere fressen, bis zum geht nicht mehr, würde ich sowas schreiben, nein, natürlich nicht, da muss man völlig, das ist Geisteskrankheit, auf dem schlimmsten Niveau, was es gibt, dass man das wirklich auch noch lustig findet, und das noch befeuert, das ist, das ist so unfassbar krank, ihr könnt das unter jedem Video, was nicht moderiert wird, Leute, diese ganzen Tiermassaker Videos, die nicht moderiert werden, zum Glück werden die allermeisten moderiert, aber manche werden nicht moderiert, was du da für Kommentare findest, Mann, das ist, ja, die Welt wird vegan, Herrgott, es gibt, so viele Anti-Veganer, Anti-Vegan-Foren, und Anti-Vegan-Kanäle, und alles mögliche, die sind auch nur am Sprießen, wie ich weiß nicht was, die kommen aus allen Ecken und Enden, und kämpfen gegen Veganismus, das ist, ja, die größte Form der Geisteskrankheit, die ein Mensch nur haben kann, das ist, ich weiß gar nicht, ich würde das am liebsten mit etwas vergleichen, mit einer bestimmten Bewegung, Untergrundbewegung, das reicht nicht zu, zu diesem Niveau, der Geisteskrankheit, aber, das ist der Grund, warum die Welt natürlich niemals vegan werden wird, das ist ganz klar, wir haben viel zu viele schlechte Menschen auf dieser Welt, sehr, sehr viele schlechte Menschen, so viele schlechte Menschen, ich will lieber keine Zahlen nennen, weil es mir keiner glauben würde, aber ich auch als veganer YouTuber, ich habe jeden Tag mit Kommentaren zu kämpfen, Leben und Leben lassen, und das sind neue Menschen, das sind immer neue, das sind keine alten, das sind immer neue, und ja, das lässt einen natürlich völlig, völlig kaputt gehen, das ist ganz klar, das macht jede Hoffnung kaputt, und natürlich sieht man solche Menschen niemals in echt, sowas siehst du niemals draußen, sowas siehst du nur im Internet, das ist das Phänomen im Internet, Anonymität sorgt dafür, das wäre dir wahrscheinlich jemand, der dieser Meinung ist, der da solche Kommentare schreibt, der würde sowas im realen Leben niemals sagen, dass man kann nur hinter verschlossenen Türen machen, nur wenn er anonym ist, schön die Maske überziehen, wie jeder Kriminelle, und naja, was mich aber hoffen lässt, was ein bisschen Hoffnung gibt, ist sowas hier, ich zeige es euch gleich, das Bild, ich war letztes, das ist ein Bild vom Dezember 2000, nach Heiligabend ist das Bild, habe ich das gemacht, draußen auf der Straße, ein Werbeplakat von Coca-Cola, ein Werbeplakat von Coca-Cola, wisst ihr, was da drauf stand, wisst ihr, was da drauf stand, ich konnte es nicht fassen, ja, ich konnte es nicht fassen, das sind so Momente, wo bei mir Hoffnung aufkommt, eine Hoffnung, dass sogar Unternehmen wie Coca-Cola, Veganismus, vielleicht nicht promoten, aber das überhaupt erwähnen, und sobald du es erwähnst, promotest du es eigentlich, das ist wirklich, das, als ich da vorstand, ich war wie festgefroren, ich konnte meinen Augen nicht glauben, ich habe es gelesen, und nochmal gelesen, nochmal gelesen, nochmal gelesen, okay, ich zeige es euch, Plakat von Coca-Cola, ich habe das Bild, ich habe so ein Bild gemacht, von diesem Plakat hier, ungefähr nach Heiligabend war das, ich bin rausgegangen, ich weiß noch, das war erster oder zweiter, Weihnachtsfeiertag bin ich rausgegangen, ich habe dieses Plakat hier gesehen, und hatte damals auch ein Screenshot gemacht, das ist von 2019, hatte ich das gemacht, und ich konnte es einfach nicht fassen, und das gibt natürlich Hoffnung, das ist einfach nur unglaublich, das ist so ein Hoffnungsfunken, da sieht man so ein bisschen Funken, es gibt ja auch von McDonalds, vegane Burger und Burger King und alles, dass die größten Unternehmen der Welt, wirklich Veganismus promoten, und von Veganismus reden, und somit die Menschen darauf aufmerksam machen, das ist wirklich schon sowas von erstaunlich, aber Coca-Cola ist, das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen, dass da wirklich vegan steht, ich stand da und habe gelesen, und gelesen, ob ich mich hier nicht verlese, ob das da wirklich steht, ich konnte es einfach nicht fassen, aber es steht wirklich da, es steht wirklich da, das ist natürlich ein Hoffnungsschimmer, der mir bleibt, ob das hilft, ist natürlich eine andere Frage, aber, dass das in die Köpfe der Menschen gepflanzt wird, jeder, der irgendwie das Wort vegan nicht kennt, oder sowas, wird es nachgoogeln, oder nachfragen, hä, was heißt das eigentlich, was steht eigentlich auf dem Plakat, ich verstehe das gar nicht, und wird sich damit beschäftigen, sobald du dich damit beschäftigst, und weißt, was vegan ist, dann sollte man auch das Richtige dann auch folglich machen, natürlich, und das ist einfach nur insane, das ist das, was mir Hoffnung gibt, das ist das, was mir Kraft gibt auch, Coca-Cola hat mir Kraft gegeben, tatsächlich, Coca-Cola hat mir Kraft gegeben, echt das Zuckerwasser, ne, aber ich meine wirklich das Plakat, Coca-Cola sollte man auf keinen Fall trinken, nur mal so nebenbei, wegen den ganzen Chemikalien, die da drin sind, aber das ist wirklich, äh, etwas, ne, wenn man sowas sieht, wirklich, ich stand davor, ne, wenn du davor stehst, in der realen Welt draußen, nicht nur im Internet, dann, äh, ist das schon, absolut, unfassbar, man, und ja, aber, das ist ganz genau, ne, das gleiche wie vegane Produkte in Supermärkten, äh, bringt das was, macht das die Menschen vegan oder nicht, macht es die vegan, das ist die große Frage, ähm, weil ich glaube persönlich, das macht die Menschen nicht vegan, auch die veganen Produkte in Supermärkten, machen die Menschen nicht vegan, das was die Menschen vegan macht, ist Argument zu hören, ne, und widerlegt zu werden, ne, und dass man den Menschen auf das schlechte Gewissen aufmerksam macht, auf die kognitive Dissonanz aufmerksam macht, ne, und darauf aufmerksam macht, dass sie Falsches machen, ne, und sie dann realisieren, dass sie mit Absicht Falsches machen, und dann ist der Weg nicht mehr weit zum guten Menschen, und dann ist der Weg nicht mehr weit, weil du dir ab dem Punkt jeden Tag bei jeder Mahlzeit sagen musst, ich mache Falsches, ich mache Falsches, und dann, und das ist ziemlich zermürbend, ne, ich, ich weiß, ich weiß das gut, ne, ich bin irgendwann vegan geworden mit 27 Jahre, 27 Jahre hat es gedauert, bis ich, ne, ein Gehirn bekommen habe, und, zu einem guten Menschen geworden bin, und aufgehört habe, mit Absicht Schlechtes zu machen, aber naja, lang hat es gedauert, lang hat es gedauert, ne, bin halt, wie es aussieht, nicht der allerhellste, ne, Stern am Himmel, von daher, naja, aber Hauptsache, es trifft einen irgendwann, das ist das Allerwichtigste, von daher, Leute, das ist mein Video dazu, schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung dazu, ne, das Beste wäre, wenn ihr das auf Discord macht, könnten wir drüber sprechen, und das ist meine Meinung zu diesem Thema, was denkt ihr dazu, schreibt mir, sagt mir Bescheid, ja, kommt auf Discord, reden wir darüber, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und, ähm, verliert niemals die Hoffnung. und dann, die Hoffnung,